Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 Playstation 4. Wir sind auf dem Weg zu dem Braithwaite anwesend, wo Jose erwartet. Wir wollen beide Familien überfallen und gucken, ob das was wird. Erstmal reinkommen. Okay, das ist genug. Jetzt weiter. Sehr schön. Hm, schick sieht das schon aus hier. So, bin ich mal gespannt. Was ist da erwartet? Okay, Waffen haben auf jeden Fall alle dabei. Wie die Jungs am Schnaps-Tetrisen oder was? Schön, dass du wieder zu sehen. Hallo. So, dein Freund, der andere Likervender. Hallo. Arthur, willkommen. Wir sind nur in Krippisch. Arthur von Ihnen, es ist Kathrin Brathwaite. Schön, dass du wiedersehen. Wahrscheinlich. Also dieser, wie groß und so dumm wie er sieht? Well, er ist sicherlich groß. Aber seine Intelligenz ist ein Thema von Konjunkturen. Einige sagen, er ist so dumm wie er sieht. Aber ich denke, er ist nicht so dumm. Also, diese sind die Jungs gehen nach Kaliger Hall? Ja, wir können das für dich machen. Aber man mag es sein. Es gibt die Frage von Geld. Wir haben Geld, Herr Matthews. Papier? Bonds? Metals? Sie werden dich nicht bezahlen? Sie werden dich in eine Certified-Check, du Yankees-Numskull. Es ist nicht die Kindheit, die schönste Erachtung. Es scheint, eine Frau, kann mancheen. Schauen wir uns jetzt bei ihr ein, indem wir einen Job für sie machen oder was? Es scheint so. Kann ich fahren? Nein. Nein. Geil. Sehr geil. Okay. Ich muss mich überpassen. Ich habe eine Kille geholt. Okay. Ich muss die Fotografie ständig in die Stadt reiten und zurück. Wenn ich nicht zurück bin. Oh, das sieht so geil aus. Oh, das sieht so geil aus. All I'm thinking is how about I try fitting my boot up your hook. No, just snotty old bitch. Jose, you really picked the right fella for tea in the manner, didn't it? Ah, he was giving his usual flannin. One of these families got ghost stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm not for sticking it to rich folks. I hate rich folks. They're really very so bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the breakweights still. Try to sell the shine back to them. Now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. Yeah, so we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Man, wagons go in and out of there all the time, with supplies, equipment, payroll, especially now they've taken on all that extra muscle. We're making a delivery. That's all. Just leave it to me. Hey, boy, you can talk a dog off of meat wagon, heh 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 heh. Alright then. Oh, that's going to be in the hose. Yep. Ah, wait. Was? Im Wagen verstecken Ich bin mal gespannt Oh wie geil Jetzt haben wir echt den Wagen versteckt Was hast du gesagt? Na ja, ich versuche die Supply Du bist nicht der normalen Fahrer Willst du eine Bottle, Freund? Hier Schau mal ein bisschen Ich bin neu Ich meine, kein Problem Ich komme aus Donegal In Irland Du sagst nicht? Ja Sie sagten, dass du nicht verstehst Es gibt eine Art Angelegenheit in der Stadt Ich habe gesagt, dass ich das hier bringe. Ich habe keine Frage, ich werde dir sagen, dass ich das jetzt Ich habe die Arbeit Bevor die Offizierungen da sind Okay, okay Grab dich hierher, ich zeige dir, wie du da bist Oh, danke, Freund Ich habe ein Bier, Sean Hamish Good to meet you, Hamish Oh, das ist ein bisschen. Was ist das? Oh dear, oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half. Just in there. Right here. Oh-oh. You can unload it here. In here? The horse is like a swift one, do they? Excuse me? I'm nothing. It's grand. Hmm. Shut the horse out loud. Okay, where is the horse? Oh no. Hmm. Hmm, that was kind of nice. How are you getting on? Good. You've already got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellers here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys do you think you need? You should do it. Let's head out the back. Look. Once they get wind of us, there'll be no turning back. So move quickly. Of course. I'm rebel stock boy. I was barborn and down manor houses. Burn quietly. I'm always excited. So, follow it soon. 100% open right? Oh, so. Äh. Oh, hey. I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So, what you got there? Tools. Payroll. Okay. Drop it by the supply shed in the back of the fields. I should have already done the line from the shop. Hey, Depp. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Don't let me deal with our family. Yeah, I can do it. Yeah. Yeah. Come on. You tell the fears. Und jetzt kommen sie auf sein. Should be enough for here. Alter, was habe ich denn alles dazu zu tränken? Das muss ich irgendwie... Da ist einfach, da ist einfach außen rum. Mal versuchen. Ich hoffe mal, ich bin außen genug. Da ist doch schon wieder eine Karre. Ob ich ihn ausschalten soll, kann, darf. Wobei mit der Flasche in der Hand bestimmt nicht mehr. Wie schnell es fällt. So. Hm. Was war das? Hey! Was hast du getan? Ich kann mich nicht wehren. Warte, da ist jemand auf der Seite gekommen. Warte, da ist jemand auf der Seite gekommen. Wir müssen kurz warten. Warte, da ist jemand auf der Seite gekommen. Oh, hey! Ich dachte, dass der Flasche bereits gekommen ist. Das war nicht. Warte. Also, was hast du da? Fertigungen, Payroll. Okay. Lass ihn nach der Flasche, nach der Flasche. Okay. Bis zum nächsten Mal. Du hörst? Payroll? Ja. Ja. Lass uns diesen Job erst fertig machen. Okay? Ich schau dir auf diesen Mann. Vielleicht in der Flasche, wenn du fertig bist. Schau dir die Flasche gut, okay? Du gehst runter. Gut. Dann versuchen wir es eben nochmal. Mal gucken. Ich hoffe, ich glaube es ist diesmal besser. Ich geh auch gleich rüber, wenn er da gerade die Patrouille ... äh ... ... äh ... ... äh ... ... äh ... ... ne ... ... ne ... So, wir gehen gleich aufs nächste Feld. So. Weil jetzt außenrum hat es sich echt gelohnt. Das ist gut. So. Voila. Sorry. Ist natürlich gut, wenn es so dunkel ist, dann kann man an den Lichtern kurz sehen, wo sie sind. So wieder mal schnell auf das andere Feld zu kommen. Ohne gesehen zu werden. Wobei die Denkgewache ist, glaube ich, jetzt mal anders. So. So. Und das ist gut für hier. Gut. Jetzt ist der Moment, wo ich rüber könnte. Jawohl. Ich habe nur gesehen, dass die Wache sie nicht umgedreht hat. Deswegen jawohl. So, und dann nochmal das rechte Feld hier. So, dann müssen wir noch einmal da runter. Oh Gott. Da ist eine Wache. Eieieiei. Und das letzte Feld. Perfekt. Drückt ihn mit Schorn an der Schoen. Ah, da ist er. Auch. Hm. Da brennt die Schoen hin. So. So. Schmeiß ihn doch rein. Schmeiß ihn doch rein. Schmeiß ihn doch rein. Was ist denn? Wuhu. Schau mal da. Warum schmeißt er die jetzt da nicht rein? Warte mal. Hä? Er kriegt ihn nicht geworfen und er wird es. Wieso? Ah, toll. Ah, Moment, Moment, Moment. Steuerung, danke. Hm. Hey. Ach, jetzt geht's oder was? Oh Mann. Ich bin nicht verwirrt, warum ich mit der Steuerung nicht mehr klarkam. What? Au. Hm? Oh. Oh. Alter. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Hmmmm. Sie, dass wir ein Armee von ihnen haben? Sie haben mir nichts gesagt. So, jetzt geht's. Einfach mal blind reinfeuern. All right, come on, we'll take those horses. Well, let's see if the payroll is actually in there. Hurry up. Oh boy, we did good, Morgan. We did good. Hey, but let's go. Look here, you get them horses, Freemarker. Come on. What is he doing now? All right, let's get out of this shithole. Huh? You don't have to mess around here, Arthur. Okay, let's get the hell out of here. All right, follow me. All right, hop ahead. Let's get to me. Straight out the main gate. Come on. Jesus, that turned into a right party. You call that a party? That railway hag got a money's worth, darling. Let's just get out of here first. I think he's trying to get out of here soon. Oh, that's该 a lot. I think we lost them. Oh. I think we lost them. We bad. Quite a night. Sure. Interesting little fight won't just put us into the middle of here. I hope him and Jose are riding that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. Du kommst? So Gesamtbeute 850 Bandenanteil 212 Ok, nicht schlecht Au Was zum Geier Bis zum nächsten Mal Und ciao